So Leute, heute ist was Tolles passiert und es hat nichts mit denen hier zu tun. Nein, überhaupt nichts. Was das Feed mit weiß ich gerade selbst nicht. Egal. Auf jeden Fall, das was passiert ist, ist da dann. Mit dem E-75, den ich eigentlich gar nicht schlecht fand, bin ich hier... Okay. Auf den E-100-Übergang haben wir das Geld zusammengespielt und hab jetzt den E-100. Ja, nur mal kurz als Info von wegen Endlicht hier 10. Ja, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass ihr euch dann auf ein Special-Let's Play freuen könnt. Natürlich dann mit dem E-100 und... Ja. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Achso, Let's Play Together. Heute aufgenommen, folgt morgen. Bis dann.